Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln und Wall Reference. Schnappt euch zwei kleine Gewichte, wieder Quiz, legt euch mal auf die Bank. Sucht euch eine Bank oder ein Rack, wo ihr die Füße stabil gegenstellen könnt. Atmet einmal aus, findet den Stack, nicht zu viel Luft hier unten zwischen unteren Rücken und Bank. Und dann einfach bilateral drücken, Ellbogen nicht hier oben, sondern eher in der Skapula-Ebene. Das heißt ganz natürlich, so wie sich euer Schulterblatt bewegen will, bewegt ihr das, haltet den Stack fest dabei. That's it. Ja!